Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, Mick Jagger, in einem Westernfilm, habe ich jetzt eben gerade von der obinösen Filmfirma, die wird jetzt gleich ins Bild kommen, irgendwas mit Explosiv war das, Play-On-Explosiv und MGM von 1970. 70, kenne ich jetzt nicht, Mick Jagger in einem Film, interessant, interessant. Marlowe im Mediabook, der war gar nicht mal so schlecht, ein etwas ruhigerer Film mit dem Nielsen. Ja, in den 30ern spielt er da so ein, was war das jetzt, so eine Art Agent und das ist ein bisschen auf sein Alter zugeschnitten, deswegen war der mal gar nicht mal so schlecht. Das Blu-ray Steelbook von Mission Impossible habe ich jetzt hier von dem Date Reckoning Teil 1. Auf Teil 2 bin ich jetzt nochmal gespannt. Ich habe ja mein rotes Zuhause. Ja, bei dem Preis für 24,99 hat sich jetzt nicht viel verändert und hier und da ziehe ich da nochmal was raus. In the Aftermath. Ich kenne jetzt nur den anderen Aftermath, diesen Kurzfilm. Ja, aber das hat damit nichts zu tun mit den Mediacs. Gran Turismo, zweimal für 16,99 Euro. Der war auch nicht schlecht. Eine Spieleverfilmung, die vom Spiel ein wenig abweicht. The Beast haben wir hier in Cover A bis Cover D. Die Variante auf 200 und 222 Stück limitiert. Der Tod wartet in Venedig auch in drei hässlichen Mediabooks. Da habe ich jetzt nicht drauf geguckt. Nochmal Mike Jagger in, was war das, Performance, kenne ich auch nicht. 28-seitiges Booklet-Anteil von Play-On-Pictures. Ja, meine Kamera war heute mal wieder so ein bisschen zickig. No Country for Old Man auf Blu-ray für 9,99 Euro mit vier Oscars. Damals im Kino, richtig geiler Film. Er macht Spaß, auf jeden Fall. Daneben noch 1917 und Five Nights and Freddy's, das 4K Ultra HD. Steelbook mit Blu-ray auch noch mit an Bord. Jupp, habe ich jetzt heute mal Real Life in der Hand gehabt. Sah nicht schlecht aus. Good is a Bullet, kenne ich auch nicht. 4K und Blu-ray-Kombo. Mediabook. Ja, so viel kann ich jetzt über diese Filme nicht sagen. Die Jurassic World-Filme gab es da noch mit Jurassic Park da drin. Sylvester Stallone als Rocky im 4K. Steelbook, hier stimmt das immer noch nicht mit den Tonspuren. Die Tonspur soll etwas zu niedrig sein. Das kann natürlich vom Blu-ray-Transfer kommen. Das kann durchaus vorkommen, dass das ein bisschen zu tief ist. Aber ich finde da, es ist nicht so schlimm. Scarface in Ultra HD. Steelbook auch noch in 40 Universal. Forzi, wollte ich gerade sagen. Forzi. Oh, und hier für die Tierliebhaber gibt es noch was. Boah, 870 Minuten. Schön viel Spaß mit kleinen Tierchen und auch große Tierchen. Ein bisschen was für das kleinere Publikum. Mit ein bisschen Blut, denke ich wohl mal. Ja. Wilde Dynastie 2 auch noch. Und hier gehe ich jetzt noch mal bei den DVDs noch mal ein bisschen durch. Und Nofrodite gab es da und Nofilter. Ja, die hat da ihr falsches Clownsgesicht abgenommen. Und schöne schwarze Pupillen. Ja. Naja. Naja. Sieht nett aus. Aber wie gesagt, DVD, ne? Und hier die Kinofassung von Kujo. Und gleich den Directors Cut dahinter. Da gibt es dann auch gleich noch die Lauflängen und sogar auch das Tonformat. Jetzt bei dem Directors Cut drehe ich das jetzt gleich noch einmal um. Ja. Genau. Und hier gibt es jetzt noch mal den Verweis auf 2.0 und Englisch in 5.1. Und das Ganze gibt es das dann auch noch bei der Kinofassung. Und die läuft 88 Minuten. Kujo. Toller Film. Romeo und Julia haben wir da auch noch. Oioioio. Und Troll Lies. Wahre Lügen. Immer noch als DVD. Gibt es jetzt aber bald als 4K und Blu-ray. Ne? Also, wer warten kann, der wartet da noch etwas ab. Ein Jackie Chan. Mediabook. Ja. Der Film sagt mir jetzt rein gar nichts. Splendid mal wieder. Ich finde die nicht so schön. Und das war es mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Und das ist das Spiel. Für uns das Spiel hat ein anderes..